Viele von euch denken bei Blitzer sicher sofort an klobige Automaten, die ein Bild schießen, wenn ihr zu schnell fahrt. Tatsächlich gibt es aber auch viel unauffälligere Blitzer, wie zum Beispiel den Traffistar S350. Wie das Gerät funktioniert und ob sich bei einem Messfehler ein Einspruch lohnt, verrate ich euch in diesem Video von Bußgeldkatalog.org. Was ist der Traffistar S350? Der Traffistar S350 ist ein sogenanntes Lasermessgerät und als solches vielseitig einsetzbar. Es kann stationär, mobil und sogar in einem Polizeiauto verwendet werden. Mit Hilfe von Lichtimpulsen erfasst der Traffistar Geschwindigkeiten. Diese Technik ist besonders nützlich, um mehrere Spuren gleichzeitig zu erfassen und verschiedene Fahrzeugklassen während der Messung auseinanderzuhalten. Das ist notwendig, da für Pkw und Lkw meist unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten gelten und bei Verstößen auch verschiedene Sanktionen vorgesehen sind. Wie genau funktioniert die Messung mit Laser? Wenn ein Gerät mit Laser arbeitet, hört sich das vielleicht futuristisch an. Das Grundprinzip des Traffistars ist aber schnell erklärt. Das Gerät sendet einen Lichtstrahl aus, der vom anvisierten Fahrzeug zurückgeworfen wird. Das Gerät erfasst, wie lange der Lichtstrahl brauchte, um wieder bei ihm anzukommen und errechnet daraus die Entfernung des Fahrzeugs. Innerhalb von Sekunden finden ganz viele solcher Messungen statt und weil sich das Fahrzeug auf den Blitzer zubewegt, wird die gemessene Entfernung natürlich immer kürzer. Der Laserblitzer berechnet nun, wie schnell sich diese Entfernung verringert und daraus ergibt sich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Eigentlich handelt es sich bei dem Vorgang also nur um eine ganz simple Wegzeitberechnung. Das Messgerät ist an einen Blitzer gekoppelt. Liegt die gemessene Geschwindigkeit über dem erlaubten Tempolimit, schießt dieser ein Bild des Fahrzeugs als Beweismittel. Können bei der Messung mit dem Traffistar S350 Fehler passieren? Kein Blitzer ist völlig fehlerfrei. Auch beim Traffistar S350 gibt es einige typische Fehlerquellen. Zum einen kann es passieren, dass die Messbeamten den Traffistar S350 in einem falschen Winkel zur Fahrbahn aufstellen. Das führt zu unzuverlässigen Testergebnissen. Zum anderen müssen die Beamten für die Nutzung des Geräts geschult sein. Außerdem muss der Laserblitzer natürlich technisch einwandfrei funktionieren. Dazu gehört auch, dass das Gerät ordnungsgemäß geeicht wurde. Wenn ihr der Meinung seid, dass bei euch eine falsche Geschwindigkeit gemessen wurde, dann solltet ihr auf dem Bußgeldbescheid nachschauen, ob mit dem Traffistar S350 gemessen wurde. Eventuell ist einer der eben beschriebenen Fehler auch bei euch aufgetreten. In diesem Fall solltet ihr unbedingt Einspruch einlegen. Wie das geht und welche Möglichkeiten ihr habt, erfahrt ihr kostenlos unter www.bußgeldkatalog.org. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lohnt sich ein Einspruch? Auch wenn das Gerät weiterhin zugelassen ist, gilt die Messung mit dem Traffistar S350 als problematisch. Die Messergebnisse werden oft als mangelhaft eingestuft. Ein Einspruch ist also auf jeden Fall empfehlenswert, da es in der Vergangenheit häufiger zu falschen Messungen gekommen ist. Dabei steht nicht nur die Frage im Raum, ob das Gerät falsch gemessen hat, sondern ob die Messergebnisse wegen fehlender Datenspeicherung überhaupt verwertet werden dürfen. Anders als viele andere Blitzermodelle speichert der Traffistar S350 nämlich nicht alle Messdaten ab. Das ist aber eigentlich Pflicht, um die Richtigkeit später überprüfen zu können. Daher haben in der Vergangenheit bereits mehrere Gerichte entschieden, dass dieses Messverfahren unzulässig ist. Wenn ihr auf dem Bußgeldbescheid also lest, dass bei eurer Messung ein Traffistar S350 verwendet worden ist, solltet ihr ernsthaft darüber nachdenken, Einspruch einzulegen. Hat euch dieses Video gefallen? Dann zeigt es uns mit einem Like und abonniert unseren Kanal, um keines unserer Videos zu verpassen. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org.